Kampf Nr. 2 steht kurz bevor in der Runde 6 hier in Bismos Boxbar bei der Kampfgilde. Dieser Drauhauf-Hufstamp könnte sogar unser nächster Gegner sein. Scheint aber nicht besonders viel drauf zu haben. Macht... Oh, jetzt hat er doch... Jetzt hat er aber doch gerade ordentlich kassiert, der Wari. Bei diesem Schildwaller, den er jetzt gerade wirkt, scheint man um den Boss rumgehen zu müssen und ihn dann von hinten anzugreifen. Ähnlich wie beim Endboss im Mugoscham-Gewölbe bei den Schildwachen, die da kommen. Hier hat wieder Schildwaller. Der geht wieder hinten ran und dann... Und ich glaube, der kriegt auch mehr Damage rein. Na, das wird er wohl nicht verlieren. Na, da hoffen wir ihm doch jetzt mal Glück hier. Wünschen wir ihm jetzt mal Glück, weil... Das wäre ja echt ärgerlich. Der Kampf scheint hier ein bisschen länger zu dauern. Hat hier halt auch relativ viel Leben. Oh mein Gott! Das war knapp. Naja, herzlichen Glückwunsch. Dann sind wir jetzt dran. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Gegner ist oder ob wir einen anderen bekommen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir gegen den Gegner da kämpfen müssen. Ich werde mir jetzt erstmal wieder Hervorrufung geben. Hier kommt Echo, ein tödlicher Pandaren, sechsten Rang. Ja. Ja, nein, ist das... Ach, es ist Akama. Ach, ja, gut. Wollen wir mal sehen. Können wir mal schauen, ob diese Wölfe wirklich was können. Also bis jetzt scheint, da kann man gar nichts zu können. Ich habe jetzt gerade wieder Zeitverschiebung Ast rein genutzt, hier ist es. Ich denke nicht, dass der mir noch irgendwas entgegenzusetzen hat. Na, Kettenblitzschlag einfach unterbrechen. Und dann haben wir ihm die letzten 400.000 live runter. Feuer Mage ist einfach irgendwo. Ich gebe es ja zu. Gut, Leute. Dann schauen wir uns jetzt mal den nächsten Kampf an. Bis gleich.